hallo an alle hallo an alle dampfern hier ist euer dampfer markus 30 milliliter shake and vape von funky style geschmack ist eine reife süße banane mit anis wo ich gleich mal sagen muss wo ich es dampfe in mein aromizer supreme v2 ich schmecke die reife süße banane aber von anis schmecke ich null 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 wirklich kein anis geschmack ich bin auch einer wo kein anis so mag aber es ist richtig geil von web street echt genial daumen hoch dafür und das sind 30 ml mit null milligramm nikotin man haut den shot drauf oder man füllt noch ein bisschen nuller auf es gibt mittlerweile schon 20 verschiedene von rap street dann gibt es noch die affen die geometrics die kommen irgendwann später mal dann hätte ich jetzt noch eins zur präsentation und zwar hier dieses hier ist kein deutsches wie man sieht ja made in der usa schmecken tut das nach süßen teig mit eine geile erdbeermarmelade also wie von bang juice alba bravo nur dieses hier ist etwas süßer aber richtig genial ich habe mal geschaut auf einer seite kostet die flasche ohne versand 20 euro und ja jeden fall für mich schmeckt das hammer geil ich habe es auch schon warte wenn man sieht vielleicht einiges runter gedampft ja und es schmeckt richtig 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 hammer also leute das war es von mir wieder mal und wenn euch das video gefallen hat lasst mir daumen nach oben da und wenn es nicht mehr genug daumen nach oben sind werde ich auch wahrscheinlich aufhören wieder mit dem youtube ich habe dieses youtube und den leuten noch eine chance gegeben und wie immer so schön sagt tschüssi lasst euch gut gehen möge der dampf immer mit euch sein ciao